Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider. Weiter geht's, Soundcheck. So. Ah, da kann ich ein Seil dran machen. Bitte schau was. Oben finden wir niemanden. Mag sein, aber Befehl ist Befehl. Ich geh runter zu den anderen am Flugzeug. Du durchsuchst diese Ruine. Mhm. Ich fang gleich damit. Zeit verschwinden. Wir, wir, wir. Ach, der eine ist schon abgehauen. Ach. Neue Teilchen für den Bogen. Ist da jemand? Was? Ich bin hier, Reyes. Wie ist die Lage? Wir sind einer Gruppe Männer zu einer Art stark gefolgt. Dieser Ort ist verrückt, Ross. Was zum Teufel machen die hier? Ich weiß es nicht. Und ich will es auch nicht wissen. Irgendwas von Sam oder Whitman? Noch nicht. Ist Lara bei dir? Ja. Wir steigen bald den Berg runter und stoßen dann zu euch. Okay. Wir gehen ein Stück näher ran. Haltet diesen Kanal frei. Ah, Berg ist gut. Danke. Oh. Ein Schatz. Benutzt in der traditionellen japanischen Kräuterheilkunde oder Kampo. Die Fiole wurde anscheinend vor vielen Jahren versiegelt. Das sind wahrscheinlich Maitake-Pilze zur Stärkung des Immunsystems. Auch bekannt als tanzende Pilze. Das da kann ich noch nicht öffnen. Und da ist ein Tagebuch hinter. Na. Ach, Mann. Ach, Menno. Will das gerne haben. Ich bin für sie. Oh. Um. Oh. Was ist das? Ach, so kommt man wieder hoch. Gut, weil ich will mich hier unten ein bisschen erkund... Auskundschaften. Da oben war ich schon. Moment mal. Das war jetzt nicht mein Plan. Verdammt. Ich frage mich jetzt, wo tauche ich auf? Wenn ich oben wieder auftauche, dann ist das gut. Oh ja, oh ja, oh ja. Wo wollte ich jetzt genau hin? Danke. Also vier von zehn. Was? Ah, jetzt kann ich ja das hier machen. Na, kommt schon. Los, das ging ja schnell. Und Berg ist gut. Da liegt wieder Berg ist gut. Ah, ein Teil für das Gewehr. Das hat sich ja schon mal gelohnt. Wieder Berg ist gut. Ja, hier ist das Flugzeug gelandet. Nochmal. Ja, genau das nächste Teil. Ach, nee, Anschwung nehmen. Ja! Und wieder ein paar Mal-Waffen-Monificationen. Money. Auf jeden Fall haben wir jetzt mehr und mehr Möglichkeiten hier als vorher. Ja. in der Kiste. Da gibt es richtig viel zum Looten. Hier gibt es Erfahrungspunkte zum Looten. Ich glaube, hier war vorher der Weg zurück, aber der ist, den gibt es nicht mehr. Hier ist gut. Sehr viel Money. Wie in der Kiste. Ja, kommt schon. Ja, kommt schon. Hä? Liegt da was drin? Ja! Ja! Hm. Hey, da liegt wieder ein paar IP. Hm. Und Berg ist gut. Jede Menge Berg ist gut. Was wollt'n? Was wollt'n? Ach ja. Das da Noch eine Star-Tour Jetzt wird's lustig Ach nee, die muss ich gar nicht Ziehen Was ich ziehen muss Oh Das sind zwei Kisten So, zieh es Was ist das? Was ist das? Ach mann Das kann doch nicht sein, dass ich das Was, was ich hinkriege Was ist das? 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 so funktioniert das nicht warum bin ich jetzt auf einmal so nah am Mikro auf einmal du sollst doch hoch springen vielleicht muss ah geht doch ein direkter treffer und jetzt ein bisschen weiter von rechts und ich hab's hier gibt's richtig viel zum looten liegt hier irgendetwas ein geocache und noch mehr bergungsgut waren hier noch ein paar leute runtergerutscht wieder eine herausforderung oder was sind hier auch welche gewesen nö glaube nicht wenn man da nicht hochkommt so weiter 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 ein bisschen ich will das hier auslooten ne das kann ich noch gar nicht öffnen oder nö aber hier geht etwas noch nicht da fehlt mir was ich glaube das war alles was ich zurzeit hier machen kann und tagebuch ich weiß nicht wo ich anfangen soll also sag ich es einfach runter raus alicia ist von dir vielleicht wusstest du es schon aber da ich nun wieder auf der endurance angeheuert habe kann ich es dir nicht länger verschweigen du musst verstehen dass ich dich nie aus ihrem leben ausschließen wollte aber ich kenne dich ich weiß wie du lebst und was du willst sesshaft zu sein und ein kind groß zu ziehen gehört nicht dazu vielleicht habe ich es vergeigt vielleicht hätte ich dir eine wahl lassen sollen stattdessen habe ich entschieden ich dachte es wäre das beste nach der expedition sollten wir uns mal über die zukunft unterhalten denk einfach mal ein bisschen darüber nach okay okay da liegt noch ep waffen verbessert juhu und ich hab sehr viel gekriegt was habe ich denn jetzt ich baue doch 700 dann habe ich ja alles voll außer ich kriege das gewehr weiter hoch gepusht so ist das schon offen oder wie kann ich das denn übersehen wir sagen wieder nach oben muni ein geocache ein geocache die sieht man so leicht wir müssen mal nachts hier hinkommen da sieht man die besser auf da oben und wieder oben so ich würde sagen ich mache jetzt hier ein cut und bis zum nächsten part also das hier